Der grüne Pass soll in drei Etappen kommen. Beim ersten Schritt vermutlich schon ab der Lockerung mit dem 19. Mai wird er allerdings nicht mehr als ein normaler Nachweis einer Impfung, Testung oder Genesung sein. Rund zwei bis drei Wochen später wird er dann in ganz Österreich via QR-Code umgesetzt werden. Danach heißt es auf die europäische Lösung warten. Diese soll spätestens im Sommer fertig sein. Beim Thema Impfstoff lässt der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker ebenfalls mit einer gewagten Aussage aufhorchen. Der Wiener Gesundheitsstadtrat will nämlich den russischen Impfstoff Sputnik V auch ohne Zulassung der europäischen Arzneimittelbehörde EMA einsetzen. Laut Vorabmeldung des Senders ATV ist Hacker der Meinung, dass wir Sputnik V hätten kaufen sollen. Seiner Meinung nach auch ohne Zulassung durch die EMA. Hacker meint, es gäbe genug Studien, welche die Wirkungsweise von Sputnik beschreiben. Für den Wiener Stadtrat ist es kein Wunderstoff, aber er kann in etwa das gleiche wie andere Impfstoffe auch können. Bundeskanzler Sebastian Kurz hat die Bestellung und erste Lieferung des russischen Impfstoffes für April angekündigt. Die Rede ist von einer Million Impfdosen. Jetzt Ende April ist allerdings bislang noch nichts erfolgt. Zuletzt heißt es vom Kanzleramt, dass der Einsatz erst nach der EMA-Zulassung geplant sei.